Reden wir über einen sehr seltsamen Comic, nämlich Death Mask, geschrieben von Steve Moore, veröffentlicht 1981. Es wurde herausgebracht von Marvel, aber nicht in der Haupt-Comic-Serie, die einfach nur Star Wars heißt, sondern in The Empire Strikes Back Monthly und das war quasi die Star Wars-Comic-Reihe in England, nicht die amerikanische. Und eine Besonderheit dieser UK-Comics war folgendes. Star Wars Weekly, was dann in Empire Strikes Back Monthly umbenannt wurde, waren einfach nur Nachdrucke der amerikanischen Comics, über die ich ja geredet habe, über die originalen Marvel-Comics, wurden einfach nur für das britische Publikum nochmal nachgedruckt und rausgebracht. Aber gleichzeitig brachte man einige exklusive Comics raus. Und diese wurden später größtenteils unter dem gemeinsamen Titel Devil Worlds gesammelt. Und über die möchte ich unbedingt reden und das hier ist quasi der erste Devil Worlds-Comic, aber gleichzeitig nicht. Denn dieser Comic, Death Mask, wurde niemals im Devil Worlds-Band gesammelt. Und was seltsam ist, denn das ist der einzige UK-exklusive Comic, der nicht als Devil World gesammelt wurde. Ich weiß nicht warum, er passt, thematisch. Denn Devil Worlds, diese UK-Comics sind Drogentrips, um es freundlich zu sagen. Die meisten davon wurden von Alan Moore geschrieben. Mehr muss ich da eigentlich gar nicht sagen. Und Death Mask wurde nie ins Deutsche übersetzt. Es wurde nachgedruckt in der Star Wars Epic Collection, die Original Marvel Years Nummer 1, denke ich. Und diese Story, es ist einfach eine Kurzgeschichte. Es spielt nach Episode 5, was interessant ist. Und kurz zusammengefasst. Während eines Aufklärungsfluges weit abseits der Allianzflotte gerät Luke Skywalker mit seinem X-Wing in einen Kampf gegen einige Thais und einen Sternzerstörer im Lappets-System. Und die Imperialen wollen Luke gefangen nehmen. Und dafür benutzen sie einen Typ namens Elton Wuhu und dessen dämonische Affenkreatur Rized. Und wenn ich sage, es ist eine Affenkreatur, dann meine ich, es ist ein kleiner Affe mit einem Totenkopf, Skelettkopf als Gesicht. Und in diesem Toten-Skelettschäbel glühen diamantene Augen. Ich zeige euch ein Bild, es ist echt abgefahren. Und nachdem Luke auf dem Planeten Lapis III abstürzt, sorgt der Dämonen-Teufels-Affe Rized dafür, dass Luke von christlichen Visionen heimgesucht wird. Über den Tod, den Tod seiner besten Freunde und alles. Und Luke gelingt es schließlich, den Bann zu brechen und das Wesen tödlich zu verwunden. Und danach erledigt Luke auch Wuhu. Und dann kann Luke erfolgreich fliehen. Also es ist... Es ist ein seltsames kleines Abenteuer, sagen wir es mal so. Die Grundstory an sich, ich meine okay, das Imperium will Luke gefangen nehmen, sie schießen ihn ab und eine seltsame Star-Wars-ige Kreatur beschert ihm Albträume und Visionen, um seinen Verstand zu brechen. Da denke ich mir, okay, das klingt doch eigentlich ganz simpel, das klingt nicht nach etwas allzu Außergewöhnlichem. Was es seltsam macht, ist das Design von der Affenkreatur Rized. Es ist wirklich ein ganz normaler Affe mit einem Totenkopfkopf und das ist interessant. Und es gibt noch einen kleinen Twist mit diesem Wuhu, dem Besitzer des Affen. Er ist nicht ganz menschlich, so viel sag ich mal. Und insgesamt Death Mask. Wenn ihr den Marvel Epic Collection habt und ihr wollt es lesen, lest es. Es ist interessant, es ist was anderes. Es ist, glaube ich, nur in Schwarz-Weiß erhältlich, was seltsam ist. Aber es ist ein solider Comic, seltsam. Und seltsam, dass es nicht in Devil Worlds gesammelt wurde. Denn das hier passt eigentlich perfekt. Und kleine Warnung, ich werde über die weiteren Devil Worlds Comics reden. Und die sind allesamt komplett psychisch gestört. Das hier ist der normalste Comic, die normalste Story von den Devil Worlds UK-Geschichten. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn ich zu den anderen Storys komme. Besonders denen von Alan Moore.